Musik 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 Drücken Sie auf das runde Loch auf der Packung und setzen Sie das Extraktionsröhrchen ein. Extraktionsreagenz in das Extraktionsröhrchen geben. Nehmen Sie den sterilen Abstrichtupfer heraus. Treiben Sie den Tupfer mit mittlerem Druck langsam in einer kreisförmigen Bewegung in der Innenwand Ihres Nasenlochs fünfmal für 15 Sekunden. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang mit dem gleichen Tupfer in Ihrem anderen Nasenloch. Der Tupfer wird nach der Probenahme unterhalb des Flüssigkeitsspiegels des Extraktionsreagenz eingeweicht. Gedreht und dreimal gedrückt, die Einweichzeit des Tupfers muss mehr als 10 Sekunden sein. Führen Sie eine Tropfspitze fest in das Extraktionsröhrchen ein. Die Flüssigkeit im Extraktionsröhrchen ist die Probe nach der Behandlung. Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Testgerät heraus. Tropfen Sie zwei Tropfen der Probe in das Probenloch S des Testgeräts. Starten Sie die Zeitmessung. Interpretieren Sie die Ergebnisse innerhalb von 15 Minuten. Das nach 30 Minuten erhaltene Ergebnis ist ungültig. Bitte legen Sie alle verwendeten Materialien zur ordnungsgemäßen Entsorgung in den beigefügten Müllbeutel.